Hallo und Willkommen, Gruß mit euch jetzt blaues und rotes Elixier ist im Angebot. Kam getrunken schon ein bisschen fit? Na gut, wir haben beim letzten Mal herausgefunden, dass der kleine Minish aus dem Fasshaus gerne etwas rotes Elixier haben möchte. Nur 150 Rubine, yeah! Das fühlt sich komplett wieder auf. Eigentlich hat es sich für uns auch, aber ist nicht so schlimm. Dankeschön und damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir sind nur noch dabei 100% zu hunten, zu sammeln, was auch immer. Wir müssen wieder zurück in den Wald und das Elixier jetzt im Fasshaus abgeben. Also bis gleich. Da bin ich auch schon. Hehehehe. Alles easy peasy super duper schnell. Kumpel! Ronald Elixier, wo kriege ich das nur her? Hey, was hast du da? Ist das nicht Ronald Elixier? Ist das für uns? Genau! Wunderbar, danke! Jetzt kommt wieder vor, schon Ende. Brauche ich aufs Ergegnis. Okay, kann ich einfach draußen reingehen oder dauert das doch noch mal ein bisschen länger, bis dort fertig ist? Ich weiß noch nicht, woran das letzte Mal gelagen hat, dass es dann gedauert hat. Nee, blöd noch nicht. Nee, muss auch warten, Mann. Okay. Hey, wartet mal! Ich habe mich gerade ein bisschen umgeschaut, weil man hier schwimmen kann. Hier gibt es aber nichts zum Schwimmen. Man kann hier zwar ein bisschen nach ganz hinten, aber ich habe hier jetzt nichts gefunden. Und dann ist mir das hier aufgefallen. Hier war ich zwar scheinbar schon, weil ich das Herz hier drüben schon aufgesammelt habe. Aber wir sind hier in die Schwimmen gegangen. Blonk! Hier kann man schwimmen gehen, Freunde. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Hier ist zum Beispiel eine Leiter. Mit einem neuen Haus. Hey! Ich glaube nicht, dass ihr das hier gefunden habt. Ich bekomme fast die Besuch. Hallo! Dann treten wir doch mal, wenn wir schon miteinander Kontakt haben. Na? Ja, das ist sehr gut. Ich weiß ganz genau, wo das ist. Das ist nämlich ganz am Boden von dem rechten Berg. Genau, da können wir jetzt rein. Ich habe schon gefragt, wann wir das freischalten. Jetzt fallen wir das frei. Wenn wir auch schon ein bisschen früher machen können, aber ist auch nicht schlimm. Wir fallen nicht runter, wir sind einfach schon im Wasser. Das ist so komisch. Sonst ist hier nichts. Warum ist hier dann so ein großes Areal, so ein großes Wasserbecken? Aber hier ist ja nichts. Seltsam. Achso, ich bin klein. Ich bin direkt schon wieder hier. Ich bin kurz auf der Map-Show. Hier. So. Ich brauche noch mal ein Item. Sonst komme ich da nicht rein. Danke. Ich erwarte jetzt große Klasse. Tolle Items. Ein Herz erwarte ich. Okay, ich erwarte ein Herzzeit. Herzzeit wird erwartet und wird erhalten. Yeah, ein Herzcontainer. Jetzt fehlen. Nur noch zwölf. Aua. Soweit ich weiß. Weißt du die Kiste? Steht ein bisschen komisch, aber ja, ist auch eine Müll drin. Okay. Okay. Was ist das Ding noch da? Was ist das? Ah! An dieser Stelle haben wir in diesem Haus noch eine Lady, die mit uns trainen möchte. So, das sieht genau aus wie mein Fragment. Passen die beiden vielleicht? Natürlich passen die Po-Mun. Komischer Name. Po-Mun. Ich fand mich viel im Englischen Eis. Ah, der Baum direkt unter uns. Steht nun wieder. Magischerweise. So, kommen wir zu einem Haus hin. Ja, passt perfekt. So weit. Es ist so weit. Es gibt so ein gewusst Gedicht. Getrennt oder zusammen. Die Hälften sehnen sich. Nach dem, was sie verloren. Genau wie eins auch ich. Was? Wow. Das war ich kurz du. Das war ein bisschen kurz egal. Aua. Hör, was? Ach so, weil ich die Rolle da gemacht habe. Hä, wie hab ich den Tag gemacht? Wir haben ja neu beigebracht bekommen. Der kann auch ein bisschen weiter sein. Weiß nicht, aber sieht schon so aus. Bist du die gleiche Person oder jemand der so aussieht? Hey, Magie, willst du mir nicht kurz zuhören? Als ich nach langer Zeit heimkehrte, da war plötzlich ein fremde Haus. Ich bin noch so schön, damit trauen mich nicht mit Fremden zu sprechen. Und ich muss ein Gesicht darüber verfassen. Im Haus und Herz ist keiner da. Wer bist du Bösewicht? Ne, meine Sachen kein Problem. Mein Herz bekommst du nicht. Okay, entspann dich mal. Poemons Haus. So, das ist der gleiche. Äh, okay. Oder die oder er? Weiß ich nicht. Keine Pupillen. Geister Lady. Ich mag es lieber Dunkel. Mach bloß ich das nicht an. Hey Leute, ich hab nen Prank. Höh, was zum? Kuppel? Oh je, das ist raus. Jetzt ist niemanden. Oh, Bestechung? Habe ich dabei. Nochmal? Nochmal? Schade. Wäre lustig gewesen. Ja, aber es ist hier einfach das Haus für diesen Glüken. Hier ist aber nichts. Okay. Nur ne kleine nette Nebenquers. Ein bisschen Money. Mehr ist hier wohl nicht. Ja, im Beginn hat er es nicht wusste. Man kann das ganze Gras abfackeln. Dann geht das ein Teil nach dem anderen weg. Ist auf jeden Fall die schnellste Methode, um Grasbüsche wegzumachen, um nach Geld zu suchen. Wie ihr sehen könnt, geht es super schnell. Ah, ja, hier können wir noch nichts machen, glaube ich, oder? Können wir mit ihm trainen? Ich glaube nicht. Ich lasse das kurz aus, aber... Ich meine, da muss man zu einem anderen... Vielleicht hätte man das irgendwann im Spiel frei, dass er trainen würde. Ich weiß es nicht. Machst du die Bühne links? Kannst du die Bühne links machen? Was? Ja. Hey, ich hab's mir schon gedacht. Na, ich hab's mir schon gedacht. Eine riesige Bohnenstange nach oben. Mal wieder. Hoffentlich ein Herzfall. Darauf hätte ich auf jeden Fall jetzt boh... Hey, Kumpel lässt du mich in Ruhe? 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 Danke. Mit von dir. Das sind überall schon Schneeberge, aber auch nicht im Spiel gesehen, ne? Yay! Und? Warum krieg ich so verdammt viele rote Fragmente? Ich mein Schosches Mann. Blau? Ja. Rot? Ja. Grün? Nein, leider nicht. Gar nichts. Und ey, das war nicht einmal ein Herzteil. Ich bin einfach enttäuscht. Ich meine, wir haben gerade genug Geld. Und hier können wir für 600 Rubiner einen großen Köcher holen. Können wir mehr als Pfeile mit tragen? Ich mein... Ich schätze für die Vollständigkeit halber, kann ich's mir mal holen. Amen, warum nicht, ne? Ist doch ein bisschen zu viel Geld, finde ich. Mit einem, was ich sowieso wahrscheinlich nicht unbedingt brauchen werde. Aber... Egal. Anscheinend kann man hier bei diesem Minigame, wenn man sich richtig krass anstellt, noch mal ein Herzteil gewinnen, habe ich nachgeschaut. Vier Hühner diesmal. Ich glaube, man muss es immer wieder öfter machen. Weil jedes Mal etwas anderes gewollt ist von einem... Goldes Huhn! Goldes Huhn! Keine Ahnung, warum es vergeudet ist, aber... Lass doch! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ey! Es randt weg! Ja! Perfekt! Das letzte krieg ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ja, es ist weg. Keine Ahnung, wo es ist. Ding, ding, ding! Zählt das? Oh, ich hab nur zwei... Ne, trotzdem danke, ich hab' ich nur Hilfe. Ne, ja, krieg' ich nichts für. Okay, nochmal. Vier Hühner in 30 Sekunden. Also, soweit... Wie gesagt, soweit ich weiß, was ich gerade gelesen habe, dass ich mehrere Mischungs, die man machen muss. Und ich habe halt für das Goldene jetzt zu lang gebraucht, weil es mir halt entwischt einmal. Ich wusste, wie das funktionierte. Ich muss aber ab und zu mal abwerfen, damit er wegrennt. Jetzt! Warte, er ist drin. Das waren jetzt drei. Muss ich noch mehr machen? Ich weiß es nicht, aber ich... Oh, oh! Vier! Haha! Was krieg' ich dafür? Oh, ich krieg' sehr viele Muscheln, sehe ich gerade. Oh, 80 Rubin, aber... Okay, was gibt's jetzt? Fünf Rühner in 45 Sekunden, also ungefähr die gleiche Zeit, ungefähr. Der Goldene ist super easy, weil er direkt am Anfang ist. Oh, hier oben sind zwei. Ich schmeiße mal ein bisschen weiter nach unten. Nur zumindest einen da halt. Da hab ich jetzt schon da bekommen kann. Zumindest hab ich das schon da bekommen dadurch. Oh Gott, ich hasse diese Kackfähigkeit, ey. Die haben mich letztens angegriffen, ne? Wißt du's noch? Ich würd mich aber dann rächen, aber... Das muss warten. So, ich weiß, ob das genug war. Hier sind wir davon noch eins. Habe ich da noch alle? Meiner sind ich vier? Ich hab doch jetzt schon vier. Jetzt sind schon fünf. Hä? Äh... Ich hab' alle richtig gemacht. Aber eigentlich ja. Ja, nochmal Müll. Yay, ne? Ich probiere die zwei. So, jetzt, wie sieht's jetzt aus? Fünf Hühner in 50 Sekunden. Du brauchst nicht noch... Also... Okay, fünf. Hühner in 50 Sekunden. Ja, das wird jetzt die rechte Folge sein, glaub' ich. Diese ganzen Hühner-Seinsame-Quests. Ich hab' nämlich nicht gedacht, dass man hier verschiedene hat und... Alter, geh was im Weg. Und hier auch, äh... Dass man hier halt verschiedene hat und... ... auch verschiedene Rewards bekommt. Also, das gibt mir die ganze Zeit irgendwelche Shells, weil wir haben schon 990. Das hab ich eigentlich jetzt grad nicht, aber... Ähm... Ja. Am Ende wird sich das lohnen. Weil der allerletzte Questgeber halt ein Herzteil. Hier ist noch einer. Da war noch ein Goldener, hab' ich gesehen. Aber ich weiß, ob die Goldenen irgendwas bedeuten. Ich kann's euch wirklich nicht sagen. Weil ich einfach nur so, haha, hey, guck mal, ich bin Gold. Ich bin vergoldet, ich bin Kuh, Mann. Ähm... Ich hab' keine Ahnung. Ich weiß es euch gesagt nicht. Äh... Hab' ich's? Nein! Das hat nicht gezählt? Okay, da fahr' ich jetzt mal mit dem Goldenen an. Ups. War das auch schlecht, oder? Oh no. Oh, ja, ist klar, ist klar. Da in die Richtung werfen, damit der da auch hinrennt. Und schon mal in den Teil ohne mich loslegt. Also ohne die Running Boots kann man das, glaub' ich, auch nicht schaffen. Ganz ehrlich. Die brauchst du ja wirklich super oft. Zumindest halt, um zu den Hühnern hinzukommen, brauchst du die Running Shoes. Ich glaub' ich jetzt zwei? Mist. Oh nein. Hallo. Gott. Ey, nee. Was? Fünf? Das ist mein drittes, glaub' ich. Alter, hau ab! Wie macht man das denn? Hä? Hä? Fünf in 50 Sekunden. Vielleicht such' ich mir auch die schlechten die ganze Zeit raus, ne? Das könnte auch sein. Vielleicht gibt es mehr als fünf... Da, da sah ich mal einer! Hä? Wie hab' ich den übersehen, Alter? Hier! Das ist super einfach! So, eins... zwei... Komm' schnell her... Dahinten ist noch einer! Ein goldener. Ich weiß, ob das schneller ist oder nicht. Äh, ich nehm' nicht. Ich nehm' jetzt die anderen hier lieber. Weil die anderen hier sind mir bekannt. Oh, ich sind zwei! Hier sind zwei normale! Die normale sind eigentlich besser sogar, finde ich, weil... Ich weiß, ein goldener zählt aber nicht zwei, ne? Ich glaub' nicht. Okay, schnell. Doch, jetzt habe ich's. Okay, vielleicht ist es auch randomized manchmal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diesmal haben wir's geschafft. So, aber durch. Und dann bin ich los! Juhu! Juhu! Okay. Daba daba! Wieder Müll! Es war auch weniger. Okay, was ist jetzt angesagt? Fünf Hühner in 45 Sekunden! Also... Das gleiche wie gerade. Oh! Hi! There was easy! Nimm ich natürlich an! Ich ден mente중! Tududududududu... Ich wünsche euch hier oben! Komm, hier bin noch ein... Oh! Ich bin zwei! Oh nein! Den hab' ich jetzt erschreckt! peurib' ich beide erschreckt! Oh nein. Oh. Egal. online das ist nicht das ist wirklich nichts das hat mir ziemlich meinen sieg gekostet wahrscheinlich das hat mir wahrscheinlich den sieg kostet wo andere hallo das war so klar oder das war so klar ja hab's verstanden mit reden lady lady ich hab's okay ich muss nochmal machen hier weil ich den einen verscheucht habe habe ich es nicht geschafft sind die noch mal an der gleichen stelle jetzt ja okay keine ahnung ob sie immer an der gleichen stelle sind oder so an ähnlichen stelle oder so aber ungefähr und spannende ich hole nicht rum alter man verkratzt sich halt manchmal ist passiert ist das leben so jetzt habe ich mal zwei dass sie ist der dritte links ist noch einer und ansonsten weiß ich gerade nicht ich weiß gerade leider nicht wo der letzte ist die meinte an fünf ich meine fünf gemeint hier ist einer aus den goldenen also ich krieg nicht hin außer er ist sehr klug und rennt ohne mich nein du ist ja das hätte kappen können es hätte klappen können okay noch mal vorne 1 weil ich den immer treffer aus versehen weil ich den immer aus versehen treffe kommen die mit denen einfach mit mir doch egal was soweit ich bin jetzt so richtig in diesem speedwander modus ne also diesem feeling diesmal habe ich nicht getroffen so zwei genau so drei sehr so viel besser mit der zeit viel besser hier ist der vierte und dann sonst ist es jetzt egal will ich als letztes nehme ich war wahrscheinlich die goldene da hinten weil und dann war's ich kann den nehmen dann muss ich das muss mich nicht mit dem nervigen goldenen abhängen easy 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 650 sekunden ok 650 sekunden ok da hinten ist ein Huhn hier ist ein Huhn ist da oben ein Huhn ja das sind 3 äh 2 sorry so warte 1 2 alter rennt doch nicht an dem vorbei Bro 3 die Hälfte der zeit ist schon weg leider hallo da ist ein goldene 45 n oder Flüchtlinge Twelve Park rhein 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 ja ich habe glück gehabt dass ein gerannt ist zählt oder ist und jetzt wenn ich durch mit den lehmann preis ist um die krassen preise oder kraftwerken preise hunder robine dankeschön sieben hühner in wie viel sekunden einer minute in einer minute sieben hühner schnell nachgucken ob da oben noch welche sind ja da sind noch zwei rechts ist auch noch mal eins okay das ist das gleiche wie gerade okay nicht exakt das gleiche aber super ähnlich nein rennt doch nicht dahin kann es noch nicht machen warte oha ist drei goldene okay warte hier sind 12345 hier oben 67 aber so viele goldene hier werden noch normaler okay das wird schwierig und so ein jetzt werfen ja zwei nehmen wir am besten hier lang ach so verdammt ich hab voll vergessen dass das gerade schmeißen wenn ich so weit weg jetzt nein pro 333 habe die hälfte schon weg ich habe sieben ja ich kenne rät weil die renn viel zu weit weg hier ne hallo 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 alter link ich hasse diese kassenkommission muss er drücken und die aufzuheben und ich habe hier gerade gesehen ich kann das nicht werden wir den knopf hier ist noch einer lässt sich jetzt vier oder so hat kann ja jetzt was werden das noch nicht mehr für das herzteil es kommt noch viel mehr bis zum herzteil ich beim herz sein bild also muss man das machen hier schaut trick 17 okay das sind schon mal drei aber solche lange mit dem hier vier rechts noch eins ja ein goldener mein brau hör auf fünf glaube ich nein ich brauche dich oder okay hier sechs und sieben hier sechs und sieben schon da schaffe ich nicht mehr nein weil der eine goldene mit rechts betrug ihr habt alle gesehen jeder einzelne von euch hat es gesehen der war da drinnen wen willst du hier veräppeln das ist nicht mehr lustig werfen ganz schnell ganz schnell werfen schnell mitnehmen ich habe ein bisschen falsches gemacht als sonst aber ist komplett egal jetzt habe ich schon drei drin ja wie gesagt das wird die lange folge mit nur hühnerjagd und so ja genau so sieht es aus okay ich brauche ich vier fünf der hier ist so ein pain in the butt werfen ach das zählt schon wenn ich schon von da werfe alter wie dumm bin ich das habe ich nicht gecheckt habe ich die ganze zeit nicht gecheckt dass das auch schon zählt okay das sollte reichen oder aber habe ich jetzt sieben alter alter bro 1 2 3 4 5 6 7 8 ich kann 8 zählen aber vielleicht war einer schon vorher drin sind sie oder 8 oder 7 habe ich jetzt hat gezählt wir sind doch lange nicht fertig freunde und dann neun zufrieden das was auf jeden fall aufwand ich habe keine ahnung wie ich zusammenschneide ich mache erst mal eine pause bis später oder gleich bis zum nächsten mal oder keine ahnung alter diese blöden fücher ich noch einmal sehe ich spreche die um ich breche sie alle um